Hallo, vor genau einem Jahr, am 4. März 2021, haben wir unser Theater im Zollhaus eröffnet. Ich möchte euch heute nochmal mitnehmen und euch zeigen, wie es jetzt darin ausschaut. Kommt mit! Hier seht ihr, wie unsere Bühne in ihrem ganzen Glanz erstrahlt. Oben an der Decke könnt ihr an unserem Grid die modernste Theatersmitglied sehen, die bei uns verbaut wurde. Im Raum stehen bis zu 200 Stühle von Schaffner, auf denen unsere Zuschauer bequem Platz finden. Und an den Wänden hat sich unser Ensemble und unsere Partner verengt. Seit der Eröffnung haben hier 117 Info-Show stattgefunden, vor knapp 6.000 begeisterten Zuschauern. Auch unzählige Kurse, Seminare und andere Veranstaltungen konnten dank eurer Unterstützung hier stattfinden. Wir danken euch sehr, sehr, sehr vielmals für eure Hilfe und euren Support. Und wir wünschen uns und euch noch sehr viele Jahre an im Kürsich und Theater im Zollhaus. Bis bald! Und wir wünschen uns und euch noch ein paar Jahre an im Kürsich und Theater im Kürsich und den 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 Kür